Ja, moin Leute, willkommen auf meinem Kanal, willkommen zu Barkhafts. Es geht in die Wolken, es geht in die Luft. Also heute mal keine Kette und keine, ich sag mal, Erdkampfberichte, sondern es geht tatsächlich in den technischen Bereich. Also ein technisches Video haben wir für euch heute und es geht um die DO 335, um den Pfeil. Nun werden einige von euch sagen, das haben wir doch schon mal gehabt. Ja, tatsächlich haben wir das schon mal gehabt, und zwar haben wir den Flugbericht vorgestellt von Hans-Werner Lerche, der mit dem Pfeil, also mit der DO, quasi über dem Reißgebiet geflogen ist, zu Kriegsende hin. Sehr interessanter Bericht und weil der so interessant war und so viele Leute sich den angeschaut haben, haben wir diesen Bericht auch nochmal genommen und haben den hinter dieses Technik-Video gesetzt, damit ihr alles in einer, ich sag mal, in einem Video habt. Das war damals ja auch der Plan, aber dieses Video zu erstellen, dieses technische Video zu erstellen, mit allen Hintergrundinformationen, alle wichtigen Details zusammenzutragen, das dauert halt immer ein bisschen länger. Der Nils hat sich da reingewühlt wie ein Verrückter und hat da natürlich wieder wahnsinnig abgeliefert. Also jeder von euch, der sehr Luftwaffen-affin ist, der wird natürlich jauchzen vor Freude, wenn er das hört. Na, ich übertreibe natürlich ein bisschen. Aber es ist auf jeden Fall technisch hochinteressant, was da zutage gefördert worden ist. Wir schreiben das ja noch nicht bei Wikipedia ab, sondern die Jungs haben mehrere Bücher, mehrere Quellen und tragen das alles zusammen und deswegen glaube ich auch, dass die Qualität der technischen Videos in den letzten drei Jahren wirklich extrem nach oben gewandert ist, weil da wirklich Spezialisten sitzen, die sehr, sehr viel wissen und auch sehr, sehr viel Information. Trotz alledem kann das immer mal sein, dass wir einen Fehler machen und dann möchte ich euch bitten, wenn ihr sowas findet, das in die Kommentare zu schreiben und die Quelle. Das ist ja immer das, was wichtig ist. Die Quelle ist immer wichtig, damit wir das nachvollziehen können, falls wir was falsch gemacht haben und das eventuell korrigieren können. So, das erstmal zu dem Video. Also ihr kriegt jetzt das technische Video DO, also DO 335 plus den Flugbericht nachher zusammen in einem Video. Das ist das Erste. Das Zweite, was ich noch gerne loswerden wollte, ist, ich würde mich freuen, wenn ihr nicht nur Abonnenten werdet, sondern ich würde mich freuen, wenn der ein oder andere das schafft Kanalmitglied zu werden. Das könnt ihr hier nochmal sehen. Das unterstützt natürlich den Kanal mit einem kleinen Obolus und ihr habt die Videos dann werbefrei. So und ich würde sagen, wir steigen jetzt ein. Und los geht's. Ja gut, dann legen wir mal los mit der Dornier DO 335 Pfeil oder auch der schnellste Ameisenbär der Welt. Kommen wir mal zur Vorgeschichte. Also Claude oder Claude Dornier entwickelte bereits zu Zeiten des Ersten Weltkrieges für seine Flugboote Motoren in Tandemanordnung. Das heißt, eine Motorengondel beherbergte zwei Motoren hintereinander, die jeweils eine Luftschraube antrieb. Eine als herkömmliche Zugschraube und eine als Druckschraube. Das erste Flugboot war die RS2, die 1916 ihren Erstflug hatte. Die beiden bekanntesten Muster Dorniers mit diesem Konzept waren die DO X, Erstflug 1929, und die DO J, Wahlserie Erstflug 1922. Der 1936 vorgestellte Nachfolger der Wahl war die DO 18, die erstmals für den hinteren Propeller eine Fernwelle nutzte. Dies brachte wahrscheinlich Peter Dornier, also der Sohn von Claude, auf die Idee, dass man ein Flugzeug entwickeln könnte, bei dem der Pilot zwischen den Motoren sitzt. Dabei sollten die Motoren wie bei der Tandemanordnung auf einer Linie im Rumpf sitzen. Hierzu wurde am 3. August 1937 das Patentnummer 72844 vergeben. Dies bildete die Grundlage für das spätere Schnellbomberprojekt P59-04, dazu aber später mehr. So, dann müssen wir uns mal vergleichbare Projekte im Ausland anschauen. Gut, also Projekte im Ausland mit Zug und Druckschraube, aber wir nehmen mal den gleichen Zeitraum. Das bekannteste gab es gleich zweimal, einmal in den Niederlanden mit der Fokker D23 und einmal in der Türkei mit der, oh meine Güte, der Nuri Demirak Nu D40. Also ihr wisst ja, Fremdwörter oder andere Sprachen ist ja nicht so meins. Also wir blenden wahrscheinlich den Namen wieder ein, das machen die Cutter, damit ihr nicht ganz verzweifelt. Okay, weiter. Also beide Flugzeuge ähneln sich so stark, dass es nahe liegt, dass es auf jeden Fall in eine Richtung einen Informationsfluss gegeben haben muss. Von der Fokker gab es einen Prototyp, der sein Erstklug am 30. Mai 1939 hatte. Die Rumpfgondel beherbergte beide Motoren, das Cockpit und das einziehbare Bugrad. Das doppelte Seidenleitwerk war an den Enden der zwei Leitwerksträger, dazwischen war das Höhenleitwerk. Als Antrieb dienten zwei Walther-Sagitta-Triebwerke mit etwa 500 PS, was Fokker aber zu schwach war. Der Ausbruch des Krieges verhinderte eine Umrüstung auf stärkere Triebwerke und stoppte das Projekt. Der einzig existierende Prototyp wurde während des Krieges zerstört. Die Nuri D40 sah der Fokker zum Verwechseln ähnlich und wurde im gleichen Zeitraum entwickelt. Die Windkanalforschung wurde bei der Aerodynamischen Versuchsanstalt in Göttingen beauftragt und der Bericht 1938 an Demirac gesandt. Zur gleichen Zeit zwang verschiedene Umstände Nuri Demirac seine Flugzeuge zu verkaufen und somit kam auch das Projekt D40 zum Erliegen. Es kam nur zum Bau eines 1 zu 1 Mockups. Noch vor diesen beiden Projekten reichte der italienische Luftfahrtingenieur Alberto Iona am 22. Juni 1935 das Patent mit der Nummer 34 29 87 ein. Es zeigt einen einsitzigen Jagdbomber mit herkömmlichem Leitwerk am Heck und Spornrad. Der Frontmotor stellte einen Doppelsternmotor dar, der Heckmittelmotor ein W-Motor mit vier Zylinderbänken oder ein herkömmlicher V12. Er saß auf Höhe der hinteren Tragflügelkante und sollte via Fernwelle den klein gehaltenen Heckpropeller antreiben, also klein wegen des Spornrades und der geringen Bodenfreiheit. Das Projekt wurde aber vom italienischen Luftfahrtministerium noch vor Kriegsbeginn abgelehnt. Existierte nur ein Windkanalmodell. In Japan wurde 1942 von der Armeeluftwaffe ein schwer bewaffneter Höhenjäger mit Druckkabine gefordert. Daraufhin entwickelte 1943 Tachikawa die KI-94. Vom Aufbau her wie die Fokker und Nuri sollte sie von zwei 18 Zylinder Doppelsternmotoren angetrieben werden. Ende 1943 wurde ein Windkanalmodell fertiggestellt, allerdings wurde das Projekt Anfang 1944 aufgrund seiner Komplexität und der Kriegslage eingestellt. Es blieb also nur bei einem gebauten Modell. So, jetzt haben wir dieses Geplänkel im Ausland und Vergleichsmodelle mal abgeschlossen. Jetzt gehen wir mal zu der Entwicklung im Reich. Also, die Entwicklung der Duo 335 und dem Projekt P5904 traf am Anfang des Krieges beim RLM auf wenig Gegenliebe. Göring favorisierte im Frühjahr 1940 Entwicklungen, die bis spätestens Anfang 1941 abgeschlossen sein sollten. Alle anderen Projekte mussten hinten angestellt werden. Zu kompliziert mutete die P5904 an mit ihren zwei Motoren im Rumpf, dem hinteren Luftschraubenantrieb über Fernwelle und den nach unten schwenkbaren Tragflächen, was die Rolleigenschaften positiv beeinflussen sollte. Das Projekt verschwand zumindest für das RLM in der Schublade. Allerdings war Donnier vom Konzept des Zug- und Druckpropellers überzeugt und entwickelte ohne Segen des Ministeriums weiter. Als Versuchsträger für das Konzept der Druckschraube mit Fernwelle entstand im Auftrag von Donnier bei Schemp-Hirt die Göppingen G9. Dort wurde unter Leitung von Ulrich Hütter eine Duo 17 im Maßstab von 1 zu 2,5 gebaut, um die Entwicklungszeit und die Kosten so klein wie möglich zu halten. Dementsprechend schnell schritt die Entwicklung voran. Als Antrieb wurde ein Hirt HM60R mit 80 PS Startleistung gewählt, der via 4 Meter langer Fernwelle ein 4 Blatt Propeller antrieb. Das Fahrwerk war ein voll einziehbares Bugrad Fahrwerk. Bereits im Juni 1941 wurde die Gö 9 durch ein zweimotoriges Flugzeug, wahrscheinlich eine Do 17, zum Jungfernflug geschleppt und zeigte gute Flugleistung. Sie erreichte in der weiteren Erprobung eine Höchstgeschwindigkeit von 220 kmh. Von der Erprobung der Gö 9 ermutigt entstand 1942 immer noch in Eigeninitiative das Projekt P231 auf Basis der P59. Als Ende 1942 nach mehrmaligen Änderungen der Spezifikationen das RLM eine Ausschreibung für einen Schnellbomber mit einer Höchstgeschwindigkeit von 750 kmh, 500 kg Bombenlast und 2000 km Reichweite ausschrieb, reichte Donnier sein Projekt P231 in drei Ausführungen ein. Alle drei Ausführungen des Tiefdeckers waren im Grundlayout gleich. Zwei Antriebe im Rumpf, einer vorne und einer hinter dem Zentraltank, der hinter dem Ein-Mann-Cockpit saß, ein Dreibein-Bugrad-Fahrwerk, also im Gegensatz zur P59 und ein Kreuzleitwerk. Die P231 sollte mit zwei DB605E angetrieben werden. Die P231-2 erhielt eine veränderte Tragfläche und den DB603G als Antrieb. Eine Sonderstellung hatte die P231-3 mit einem Hybridantrieb, einem Kolbenmotor in Form des DB603 vorne und ein Strahltriebwerk Jumo 004 hinten. Im Januar 1943 reiste Claude Donnier persönlich nach Berlin, um das RLM von den Vorzügen seines Konzeptes gegenüber der Konkurrenz zu überzeugen und verwies dabei auf die erfolgreichen Versuche der G9 und der seiner Meinung nach veralteten Auslegungen mit jeweils einer Motorengondel pro Tragfläche bei zwei motorigen Kampfflugzeugen. Die Konkurrenzprojekte kamen von Arado, Heinkel, Junkers und Messerschmitt und sollen hier nur der Vollständigkeit halber kurz angerissen werden. Arado brachte das Projekt E561 ins Rennen, welches in seinen Grundzügen schon aus den Jahren 37-38 stammte. Im äußeren Erscheinungsbild ein konventioneller zweimotoriger Tiefdecker mit Spornradfahrwerk verbarg sich seine Besonderheit im Rumpf-Flügelwurzelbereich. Dort sollte jeweils ein Motor links und einer rechts sitzen. Die Luftschrauben sollten per Wellen- und Winkelgetriebe angetrieben werden. Entsprechend schlank konnten die Motorengondel trotz der dort sitzenden Kühler gehalten werden. Es blieb aber im Projektstadium. Heinkel wollte mit der P1063, also korrekt wäre mit dem P1063, P steht für Projekt, klingt aber komisch. Damit wollten sie punkten. Über diese Entwicklung ließ sich nichts mehr in Erfahrung bringen. Es war wahrscheinlich ein Mitteldecker. Ebenfalls mit 3 Entwürfen als Tiefdecker mit Bugradfahrwerk trat Junkers an. Der erste Entwurf hieß EF 115.0, also EF steht für Entwicklungsflugzeug, war vom Zellenaufbau konventionell und sollte mit zwei Jumo 211J, also zwei gegenläufigen 4 Blattschrauben am Bug angetrieben werden. Auf dem Projekt des EF 115.0 basierte der EF 130.0, hat aber statt des zweiten Jumo 211 ein Jumo 004 im Heck, also auch ein Hybridantrieb. Die EF 135.0 war im Aufbau wie die Fokker. Der größte Unterschied zwischen beiden Mustern war, wie bei der EF 130.0 ein Hybridantrieb. Vorne Jumo 211J mit Propeller und hinten ein Jumo 004. Messerschmitt sparte sich Entwicklungszeit und koppelte zwei BF 109G zu BF 109Z bzw. ME 109Z. Als dieser Entwurf abgelehnt wurde, koppelte man zwei ME 309 zu ME 609. Als dies auch abgelehnt wurde, soll ein Entwurf ähnlich der Dornier P231 und 2 eingereicht worden sein. Letztendlich fielen aber im Januar 1943 die Entscheidungen oder die Entscheidung zugunsten der Dornier P231-2. Man erhoffte sich von ihr ein Gegenentwurf zu den geplanten strahlgetriebenen Schnellbombern RADO 234 und ME 262, falls diese, wie bei der 262 dann auch geschehen, scheitern sollten. Allerdings verhinderten die allseits bekannten Querelen im RLM in der oberen Etage und die Aussage Messerschmitts, die ME 262 würde sich als Schnellbomber eignen zu einer Rückstufung in der Drinnigkeit seitens des RLM. So wurde mit dem Bau der Duo 335 V1 im Januar 1943 bekommen. Der Rumpf wurde in Halbschalenbauweise aus Aluminium gefertigt und lässt sich in fünf Abschnitte unterteilen. Von vorne nach hinten Frontmotor, Cockpit, Rumpf, Haupttank, Heckmotor und das Kreuzleitwerk mit dem Heckluftschrauben-Getriebegehäuse. Die Motoren waren in der V1 von Daimler Benz zwei DB603 Alpha mit jeweils 1750 PS. Der vordere wurde mittels Ringkühler gekühlt, die V1 hatte noch einen zusätzlichen kleinen Kinnkühler. Der hintere hatte unterhalb des Motors eine Lufthutze, die den Kühler mit Kühlluft versorgte. Das Cockpit war einsitzig und aufgrund der Größe des Flugzeuges recht geräumig. Die Haube war anfangs bei der V2 und 3 nach hinten schiebbar und beherbergte sowohl links als auch rechts in einer tropfenförmigen Blase jeweils einen Rückspiegel. Nach einem tödlichen Unfall mit der V2, bei der die Haube nach dem Notabwurf den Piloten bewusstlos schlug, wurde die Kanzel auf der rechten Seite befestigt. Die Besonderheit war aber der Schleudersitz, der in alle deutschen Flugzeuge, die nach 1942 entwickelt wurden, eingesetzt werden sollte und das Armaturenbrett mit den doppelten Anzeigen für die Motoren. Direkt hinter dem Piloten befand sich der Rumpf-Hauptbehälter für Kraftstoff mit einem Fassungsvermögen von 1230 Litern. Zusammen mit den jeweils 375 Liter fassenden Flächenbehältern in den Tragflächen hatte die DO 335 ein Tankgesamtvolumen von 1989 Litern. Wiederum getrennt durch einen Brandschott saß der Heckmotor, der mittels einer über drei Meter langen Fernwelle die hintere Luftschraube antrieb. Die Fernwelle war hohl gebohrt und zweifach gelagert. An dem Ende befand sich wie schon erwähnt das Heck-Luftschrauben-Getriebegehäuse mit dem Leitwerk in Kreuzbauweise. Das Leitwerk war wie der Rumpf in Ganzmetall ausgelegt, nur das Seitenleitwerk war in Gemischtbauweise, also Leichmetallholz ausgelegt. Dabei sollte das untere Seitenleitwerk die hintere Luftschraube vor Bodenkontakt schützen. Um für den Heckpropeller genug Bodenfreiheit zu gewährleisten, war von Anfang an ein für die damalige Zeit in Deutschland untypisches Bugradfahrwerk eingeplant und dann auch umgesetzt worden. Das Bugrad wurde dabei nach hinten eingefahren. Auch die Tragflächen mit einer Gesamtspannweite von 13,80 Meter wurden komplett aus Leichtmetall gefertigt. Tragendes Element war ein Kastenholm für Dornier damals Neuland. Die Pfeilung der Vorderkante fiel mit 13 Grad recht groß für ein Propellerflugzeug aus. Bei den ersten Flugversuchen mit der V1 zeigte sich ein unberechenbarer Abriss der Strömung, welches zu einem gefährlichen Abkippen der Maschine im Flug führte. Durch das Ankleben von Wollfäden wurde der Strömungsabriss bei weiteren Versuchen sichtbar gemacht. Es wurden sogenannte Störkanten an den Tragflächennasen angebracht, welche eine starke Verbesserung der Flugeigenschaften brachte, da die Strömung langsamer und berechenbarer abriss. Bereits zehn Monate nach Baubeginn, am 26. Oktober 1943 konnte der Erstflug und somit die Flugerprobung beginnen, aber die Vorbereitungen für eine Serie und Produktion wurden durch die Uneinigkeit in der Führung des RLM verzögert. So, dann kommen wir mal zur Flugerprobung. Also, den Jungfernflug führte Hans Dieterle durch, der 1939 noch in Diensten bei Heinkel die He 100 zum Geschwindigkeitsrekord pilotierte und seit 1941 bei Donnie angestellt war. Nach erfolgten Erstflug, der wegen einer kleinen Störung in der Fahrwerksverregelung nur etwa 30 Minuten dauerte, lobte er das sofort spürbare Potenzial der Maschine, kritisierte aber die nötigen Querruderkräfte und die Stabilität um die Querachse. In der weiteren Flugerprobung wurde eine Höchstgeschwindigkeit von 640 kmh in Bodennähe erreicht. Zum Vergleich, P51D Mustang war bei etwas über 600 kmh. Allerdings wurde das volle Ausfliegen des Potenzials durch Kühlprobleme des vorderen Motors und die bei einem Prototyp nicht ganz unübliche schlechte Oberflächegüte der Beplankungsbleche gestört. Wie schon erwähnt wurde die Serienfertigung immer weiter verzögert und so wurde die V1 erst im September 1944 mit den entsprechend behobenen Kühlerproblemen nach Rechlin zur Truppenerprobung überführt. Viel zu spät, wenn man bedenkt, dass das RLM bei der Rolle der Do 335 an einen Schnellbomber gedacht hatte, der die mögliche Invasion der Alliierten in der Normandie mit verhindern sollte. Als Befürworter für das Flugzeug im RLM galt Generalfeldmarschall Erhard Milch und so wurden immerhin einige V-Muster, also 14 Stück, dann kommen wir insgesamt auf 35 Maschinen. In der weiteren Flugerprobung wurden die DB603A durch die stärkere E-Version ersetzt, also 1750 PS bis 1800 PS. So motorisiert erreichte die V1 in Bodennähe 650 kmh. Selbst mit ausgeschaltetem Hecktriebwerk überzeugten die Flugeigenschaften immer noch. Am 20. November 1944 ging die V1 durch einen Hydraulikschaden am Bugrad zu Bruch. Ob sie wieder aufgebaut wurde ist nicht bekannt. Zum Glück konnte man zu diesem Zeitpunkt bereits auf mehrere Vorserienmaschinen zurückgreifen. Allerdings ging die V2 nicht nur vor der V1 am 15. April 1944 zu Bruch, sondern sie stürzte zusammen mit ihrem Testpiloten ab. Dieser konnte sich nicht mit dem Schleudersitz retten, da ihn das Cockpitdach beim Abwerfen am Kopf traf und ihn handlungsunfähig machte. Ursache für den versuchten Notausstieg waren starke Vibrationen im Bereich des Heckmotors. Bei der V4 kam es zu einem Brand des Hecktriebwerkes, dieser konnte aber im Flug gelöscht werden und es gelang dem Testpiloten ohne Probleme zu landen. Da die V4 als Prototyp der Aufklärversion B4 dienen sollte, wurden ihre Tragflächen um 4,6 Meter auf dann insgesamt 18,4 Meter verlängert. Die weiteren Versuchsmaschinen bis einschließlich der V8 dienten als Träger für verschiedene Waffen, Ortungs- und Kameraanlagen. In der V8 wurde später der stärkere DB603 E1 mit 2000 PS eingebaut und nach Erklin überführt. Mit der V9 begann die Produktion der Vorserienmaschinen, der sogenannten A0-Version, im Juni 1944. Es folgten neun weitere Maschinen dieser Art, Nummer 11 und 12, waren Vorläufer der A10-Schulungsversion mit zweitem Cockpit für den Fluglehrer. Am 4. September 1944 kam es endlich zum Befehl zur Aufstellung eines Erprobungskommandos. Hierzu wurde das komplette Personal der dritten Gruppe Kampfgeschwader II, also etwa 800 Mann stark, zu Dornier abkommandiert und dort in Form von Produktion, Entwicklung, Wartung und Erstellung von Handbüchern an der DO335 eingebunden. Ein wohl einmaliges Unterfangen der deutschen Luftwaffe. So kommen wir mal zu den technischen Besonderheiten. Wir beleuchten hier mal das absprengbare Seitenleitwerk und Heckpropeller. Für den Fall des Notausstiegs oder einer Notlandung konnte sowohl das obere Seitenleitwerk als auch die Heckluftschraube abgesprengt werden. Wobei Absprengen bei der Luftschraube nicht das richtige Wort ist. Vielmehr wurde durch einen elektrischen Zündsatz am Ende der Fernwelle ein Druck erzeugt, welcher die Sicherungsstifte der Wellenmutter abscheren ließ. Die Wellenmutter löste sich und durch den Luftstrom schraubte sich der Heckpropeller selbstständig ab. Ausgelöst wurde der Sprengsatz manuell durch einen Schalter im Cockpit. Das obere und untere Seitenleitwerk war mittels Sprengbolzen an den hinteren Rumpfspanden fixiert und konnte dadurch einzeln als auch zusammen abgesprengt werden. Die untere Finne beinhaltete noch eine Antenne und hatte zum Schutz vor Bodenkontakt eine Spitze die einfedern konnte. Schleudersitz Aufgrund der immer höher werdenden Geschwindigkeiten der Flugzeuge im Verlauf des Krieges stiegen die Anzahl der bei Notausstiegen verletzten oder tödlich verunglückten Piloten stark an. Wie schon erwähnt sollten alle Neuentwicklungen in Deutschland ab 1942 über einen Schleudersitz verfügen, so auch die DO-335. Natürlich war dieser nicht so hoch entwickelt wie die heutigen hochmodernen Derivate in den neuesten Kampfjets. Die Konstrukteure rechneten damals, dass der Schleudersitz mit 26 g beschleunigt werden musste, um einen erfolgreichen Ausstieg zu gewährleisten. Unmenschliche Tests an KZ-Häftlingen hatten eine für den menschlichen Körper maximale Belastung von 28 g ergeben. Das Torniersystem funktionierte mit Druckluft aus 3 2 Liter Pressluftflaschen und arbeitete mit einem Betriebsdruck von 118 bis 137 bar. Dies reichte aus, auch bei der nicht abgesprengten Seitenleitwerk und Heckluftschraube um den Piloten aus dem Gefahrenbereich zu bringen. Dann schauen wir uns jetzt nochmal die Luftschrauben an. Während die vordere Luftschraube einen Durchmesser von 3,50 m hatte, hatte die hintere zur Vergrößerung der Bodenfreiheit nur einen Durchmesser von 3,30 m. Ein schönes Detail ist der hintere Spinner, also Propellernabenabdeckung, der sich stark vom vorderen unterscheidet. Logischerweise fehlt ihm die mittlere Bohrung für die Maschinenkanone Mk-103, aber während das gesamte Flugzeug eher zweckmäßig designt wurde und nicht unbedingt elegant wirkte, fügte sich die Form des Spinners formschön in die von oben gesehene schlanke Heckpartie ein. Kommen wir zum Bugradfahrwerk. Für ein deutsches Flugzeug zu diesem Zeitpunkt war das Bugradfahrwerk ungewöhnlich aber unabdingbar um der Heckluftschraube genügend Bodenfreiheit zu verschaffen. Während alle Versuchsmaschinen und die Vorserienmaschinen für die A-Version ein nicht gebremstes und senkrecht nach hinten einziehbares Bugrad hatten, wurde bei den Mustermaschinen für die B-Version das Rad bremsbar und um 90 Grad gedreht eingezogen. Über den Grund dieser Änderung lässt sich nur spekulieren, wahrscheinlich ist ein zugewinnern Platz im Rumpf eventuell für den angrenzenden Bombenschacht. Auffällig ist die filigrane, nahezu starksige Anmutung der Konstruktion, die nicht zurecht zu diesem schweren Flugzeug passen mag. Fakt ist, durch den Heckmotor und der fast mittig zwischen den Motoren und direkt unter dem Haupttank angebrachten Hauptfahrwerksbeine war diese leichte Auslegung möglich. Trotzdem kam es immer wieder zu Störungen beim Ausfahren des Bugfahrwerks. Dann haben wir da noch die Einstiegsleiter. Da die Tragflächenwurzeln auf einer Höhe von etwa 2 Meter, also allein der Hauptwerksreifen hatte ein Durchmesser von über 1 Meter, brauchte der Pilot eine Leiter um sein Cockpit erreichen zu können. Auch hierfür gab es eine elegante Lösung, die in der linken Tragflächenwurzel untergebracht wurde. Eine zweiteilig klappbare Leiter, über die der Pilot auf die Tragflächenhinterkante gelangte, von dort aus zu seinem Arbeitsplatz. Dann haben wir noch die Ruderansteuerung. Eine besondere Herausforderung war die Ansteuerung der Ruder des Ameisenbärs aufgrund der immensen Endgeschwindigkeit. Die Querseiten- und Höhenruder wurden normal über Gestänge betätigt. Die Besonderheit war die zweistufige Übersetzung. Per elektrohydraulischer Übersetzungsänderung konnte die Steuerkraft oder konnten die Steuerkräfte und Ruderwege zweistufig verstellt werden. Die erste Stufe war für den Langsamflug also 200 bis 400 kmh ausgelegt und die zweite für alles über 400 kmh. Die Umstellung erfolgte manuell per Kippschalter im Cockpit. Dann kommen wir mal zu den gebauten und den geplanten Versionen. Nach der A0-Vorserie wurden die ersten Muster für den Serienbau aufgelegt und gebaut. Unterschieden wurde zwischen der A- und B-Variante, welche einige zellenmäßige Verbesserungen einführte, auch hier wieder in zahllosen Untervarianten. Es sollten Zerstörer, Jagdbomber, Trainer, Nachtjäger und Aufklärer in verschiedensten Ausführungen geben. Sowohl der Nachtjäger als auch der Trainer waren zweisitzige Varianten, bei denen das zusätzliche Besatzungsmitglied hinter, aber auch oberhalb des Piloten in einem separaten Cockpit drohnte. Neben den gebauten Versionen gab es noch einige geplante Versionen oder Varianten, die teils völlig praxisfremd bei der derzeitig herrschenden Kriegslage wirkten. Die meisten Versionen wurden Ende 1944 projektiert. Erwähnt werden in diesem Abschnitt nur die beiden Versionen, die vom RLM eine Projektnummer bekommen haben, die DOO 435 und 635. Die 435 basierte auf dem bereits erwähnten Projekt P231-3 und übernahm das Fahrwerk und den vorderen Rumpf des Ameisenbeers. Im Heck sollte das HES 011A mit etwa 12,8 Kino Minuten für zusätzlichen Schubsorgen. Das Profil der Tragflächen sollte wegen der noch höheren Endgeschwindigkeit dementsprechend angepasst werden. Als Frontmotor war je nach Ausführung der DB603LA, der JUMO 213J oder der mächtige JUMO 222, der es nie zur Serienreife gebracht hat, vorgesehen. Im Zuge einer Ausschreibung für einen Fernaufklärer Ende 1943 vergab das RLM die Projektnummer 635 an Dornier Ende Oktober 1944. Der Entwurf koppelte zwei DOO 335 miteinander und erreichte eine Spannweite von über 27 Metern. Sämtlicher hinzugewonnener Raum wurde für zusätzliche Tanks genutzt mit einem Gesamtvolumen von knapp 13.000 Litern. Durch Außentanks konnte das Volumen auf nahezu 16.000 Liter gesteigert werden, genügend für fast 8.000 km Reichweite. Sowohl die DOO 435 als auch die 635 kamen über das Projektstadium bzw. Attrappenbau nicht hinaus. So, last but not least müssen wir natürlich mal über die Waffnung reden. Also die Waffenanlage der DOO 335 variiert je nach Einsatzzweck recht stark. Alle Varianten besaßen 2 MG151 oberhalb des Frontmotors, anfangs die 15 mm Version, später dann die 20 mm Kanone. Zusätzlich sollten alle Serienmaschinen eine 30 mm Maschinenkanone, also die MK103, die hatten wir ja schon mal kurz angesprochen, und zwar die, die durch die Propellernabe feuern konnte. Dazu kam noch pro Tragflächenseite jeweils eine MK103 für die Zerstörer-Version. Als Besonderheit auch gegenüber ihren strahlgetriebenen und vom RLM bevorzugten konkurrierenden Mustern Arado 234 und Me262 besaß die DOO 335 einen Bombenschacht. Dieser ermöglichte die interne Mitnahme von bis zu 500 kg Bomben in verschiedensten Größen, zusätzlichen Treibstoff oder die Ausrüstung für die Aufklärer-Variante. Externe Bombenschlösser an den Tragflächen für jeweils 250 kg Bomben waren geplant, wurden aber wahrscheinlich nicht mehr umgesetzt. Die DOO 335 wurde ausschließlich in den Dornier-Werken Oberpfaffenhofen und Friedrichshafen entmontiert. Die Komponentenfertigung erfolgte wie bei vielen anderen Flugzeugmustern in Deutschland zum Kriegsende dezentral. Einzelne Kleinkomponenten wurden in mehr zehn Betrieben in ganz Deutschland gefertigt und dann in Betriebe gebracht, die größeren Komponenten wie Rümpfe oder Tragflächen produzierten. Auch wenn der Pfeil anderthalb Jahre vor Kriegsende seinen Erstflug absolvierte, verhinderten erst die Uneinigkeiten seitens des RLM, später die schlechte wirtschaftliche Lage in Deutschland als auch die unzureichende Erprobung, einen Serienbau und somit einen Einsatz noch vor Kriegsende. Bis Mai 1945 wurden etwa 40 Maschinen fertiggestellt, dazu kamen ca. 20 teilmontierte Flugzeuge. Es gab aber nie einen Serienbau, alle Maschinen waren Versuchsmuster, Vorserienmaschinen oder Mustermaschinen für die verschiedenen Serienversionen. Und wie immer kommen wir natürlich auch zu einem Fazit. Viele sehen in der Dornier im Vergleich zu den modern anmutenden strahlgetriebenen Derivaten von Arado und Messerschmitt einen Schritt in die Falschrichtung, also eher zurück. Vergleicht man aber stumpf die Werte, die alle mit Bombenlast erreichten, so fällt auf, dass die 335 im Bereich Höchstgeschwindigkeit, Bewaffnung und Reichweite nicht nur mithalten konnte, sondern sie in ihrer eigentlichen Domäne der Endgeschwindigkeit übertraf. Vergessen darf man nicht, dass der Ameisenbär als Alternative zu den Strahlbombern entwickelt wurde, falls deren Triebwerke die Serienreife nicht erreichen sollten und man trotzdem eine praktikale Lösung als Schnellbomber zur Verfügung gehabt hätte. Die Duo 335, der Pfeil, der Ameisenbär, wie auch immer man diesen ungewöhnlichen Jäger auch nannte, ist ein Paradebeispiel für die Spitze dessen was machbar ist. Auch wenn es Versionen der North American P51 und der Hawker Fury gab, die sie in der Höchstgeschwindigkeit übertrafen, so zeigte die 335 die Grenze des machbaren im Kolben Motorflug auf. Mit einer sauber verarbeiteten Beplankung und neun bereits geplanten Tragflächenprofilen wären auch die 800 kmh machbar gewesen. Gleichzeitig markierte sie das Ende einer Ära. Die Ära der Propellerjäger. So, das war jetzt der technische Teil. Ganz kurz ein Intro vor diesem Flugbericht. Duo 335, wie gesagt, den haben wir schon im Februar gezeigt. Müsst ihr euch nicht normal angucken, wer das nicht will, aber wir wollten es halt kompakt abliefern und deswegen noch mal der Teil von diesem Flugbericht am Ende des Videos. Los geht's! So, dann gehen wir mal ran an diesen Erlebnisbericht mit der Duo 335. Also es war Mitte April 1945 in der Erprobungsstelle der Luftwaffe Rechlin an der Müritz in Mecklenburg. Deutsche Flugzeuge waren immer selten am Himmel zu sehen. Trotz Kraftstoffmangels hatte ich im Rahmen der Beuteflugzeugerprobung mit Sonderdringlichkeit noch einige Flüge mit dem englischen Jäger Tempest und der russischen La 5 und Jagd 3 durchzuführen. Die Anweisung, deutsche Erprobungsflugzeuge nach Möglichkeit von Rechlin zu den Herstellerwerken zu überführen und die Schnelligkeit der Duo 335 bestärkten mich in dem Entschluss, eine der beiden noch in Rechlin stehenden Duo 335 nach Oberpfaffenhofen bei München zu überführen. Zusätzlich zogen mich zarte Bande in diese Gegend. Meine zukünftige Frau lebte dort. Startversuch mit Panne Der erste Startversuch, den musste ich abbrechen. Als ich zum Start rollen wollte, bekam das Flugzeug einen Plattfuß. Die Ursache war wahrscheinlich einer der zahlreichen Bombensplitter auf dem Platz. Eine Reifenreparatur war zu diesem Zeitpunkt schon nicht mehr möglich. So überließ ich die Do 335-Werksnummer 103 ihrem Schicksal und bereitete die zweite noch vorhandene Do 335-Werknummer 102 für die Überführung vor. Erst am Abend des 20. April 1945 kam ich wegen der dauernden Luftangriffe zum Start. In der Nacht vorher hatte ich noch von Radio London gehört, dass die Einschließung Berlins durch russische Truppen im Osten und Nordosten rasch vorangingen. So hatte ich vor im Südwesten an Berlin vorbei zu fliegen. Um möglichst nicht von fremden Jägern oder der Flak behältigt zu werden entschloss ich mich zum Tiefstflug. Dass dabei die Orientierung mit einem so schnellen Flugzeug wie der Do 335 bei ca. 550 kmh im Drosselflug nicht einfach sein würde war mir klar. Aber wozu gab es Eisen und Autobahnen, die ich in meinen Flugvorbereitungen einkalkulieren konnte. Meine Maschine war nicht munitioniert, ich hatte auch keine Schießerfahrung und war nicht über die funktechnischen und navigatorischen Möglichkeiten dieses Flugzeuges informiert. Blindanflüge war ich nur mit Funker gewöhnt. Es war zu dieser Zeit ohnehin fraglich, ob die Bodenorganisation noch intakt war und ob man nicht durch Funkverkehr erst Feindjäger auf sich aufmerksam machte. Meine geringe Habe habe ich noch über den Bombenklappen verstaut. Mein zweiter Versuch und mein Weg nach Süden. Nun war es soweit. Der Start verlief einwandfrei. Fahrwerk einfahren, Drossel der Motoren, Luftschrauben Verstellung, Klappen einfahren, Austrimm der Maschine, das hatte ich alles schnell hinter mir. Die Motoren liefen beruhigend gleichmäßig. Auch die Anzeigeinstrumente hatten die vorgeschriebenen Werte. Die ersten Seen und Wälder um Brechlin, die ich natürlich von unzähligen Flügen auch mit Segelflugzeugen bestens kannte, boten mir eine zuverlässige Orientierung. Auf jeden Fall sicherer als die Kompassanzeige, die zu meiner Überraschung in eine andere Richtung wies als ich wirklich flog. Der Grund für diese Unstimmigkeit wurde mir erst später klar. Normalerweise ist nämlich der Mutterkompass im Flugzeug im hinteren Rumpf, also möglichst weit entfernt von den Triebwerken untergebracht, da diese die Anzeige stören. Aber an dieser Stelle saß in der DO 335 der zweite Motor, der die Druckschraube hinter dem Leitwerk über eine ca. 3m lange Welle antrieb. Deshalb wurde oder wanderte der Mutterkompass bei der DO 335 in die linke Tragfläche, wo er durch zusätzliche Beschleunigung abgefälscht wurde und entgegen seiner Bestimmung zum Nachteil des Piloten sein Eigenleben führte. Diese Eigenwilligkeit des Kompasses brachte einem anderen Piloten einer 335 eine Landung im Feindgebiet mit lang andauernder Gefangenschaft ein, wie ich erst lange Zeit später erfuhr. Kommen wir zum weiteren Flug. Ich kam schnell voran, bald tauchten die Funktürme von Nauen seitlich über mir auf. Der Kurs stimmte also. Berlin war auch nicht zu übersehen. Jetzt fiel mir erst auf, dass es schon dämmerte. Der Start in Rechlin hatte sich doch hinausgezögert. Da meine DO nicht voll betankt war, schaltete ich probe- und sicherheitshalber die Umpumpanlage ein, die Kraftstoff aus den Flächenbehältern in den Entnahmebehälter im Rumpf umpumpen sollte. Die 3600 PS suppten immerhin an die 900 Liter Sprit in der Stunde. Nach kurzer Zeit musste ich aber feststellen, dass die Pumpen nicht arbeiteten. Diese Tatsache und die zunehmende Dämmerung machten mir rasch klar, dass es unmöglich war in einem Streifen nach Lager Lechfeld südlich Augsburg zu fliegen. Dort befand sich jetzt der Kommandeur der Erprobungsstellen, dem ich noch wichtige Dokumente zu überbringen hatte. Also entschied ich mich für einen Richtungswechsel. Kurz entschlossen flog ich in Richtung Prag, wo ich den großen Flugplatz Rosin kannte. Dort hatte ich mit einer erbeuteten B-17 Flying Fortress Einweisungsflüge für deutsche Jagdgruppen durchgeführt. Südwestlich von Berlin huschten Behlitz-Heilstätten unter mir weg und schon flog ich am südlichen Autobahnring entlang. Die Abzweigung nach Dresden durfte ich auf keinen Fall verfehlen und da war sie schon. Plötzlich sah ich immer im Tiefflug an der Autobahn Gestalten, die sich vor meinem mit ca. 150 m in der Sekunde über sie hinbrausenden Flugzeug in Sicherheit zu bringen versuchten. Das waren klar erkennbar schon Russen neben ihren Fahrzeugen. Bei dieser Geschwindigkeit und Bodennähe ist man zwar auch für die leichte Flak kein einfaches Ziel, aber ich sagte mir, wozu sitze ich auf einem so schnellen Bock und legte noch einige Briketts auf. Nun hatte ich wieder etwas Zeit. Die Autobahn war nicht zu übersehen, nur die Dämmerung nahm zu. Ich schaltete die Positionslichter lieber nicht ein. Kurz darauf brauste ich an Dresden vorbei, verließ die Autobahn und nach kurzer Frist tauchte das beleuchtete Prag vor mir auf. Landung in Prag. Ich fand auch sofort den Platz, der schon nachtbefeuert war. Also Fahrwerk raus und schnell herunter. Aber ich hatte mich zu früh gefreut. Das Fahrwerk ließ ich nicht ausfahren. Gottlob gab es ja noch die Not-Fahr-Ausrichtung. Es sollte eigentlich selbstverständlich sein, dass man die Bedienungsanleitung eines Flugzeuges im Kopf hat. Meines Wissens wurden erstmals die Piloten auf die U-88 so eingewiesen, dass sie auch mit verbundenen Augen alle Bediengriffe beherrschten. Schwierig war es natürlich, wenn man so wie ich täglich andere und oft unbekannte Flugzeuge flog, wie es meine Aufgabe bei der Erprobung der anfallenden Beutemaschinen war. Ich schwor mir die Sorgfalt auch erst, nachdem ich bei dem ersten Flug mit einer Air Cobra in 13 bangen Platzrunden erkundet hatte, wie das Fahrwerk mit Bugrad Not auszufahren war. Die Kurbel dazu ertastete ich schließlich unter dem Führersitz. Gerade ein Bugrad Flugzeug hat hinsichtlich des Ausfahrens und Verriegelns, insbesondere des Bugrades, seine Gefahren. Ist nämlich das Hauptwerk ausgefahren, das Bugrad aber nicht oder nicht verriegelt, sind die Folgen unangenehmer als bei einer normalen Bauchlandung. Eine Bauchlandung mit der Droh hätte aber ihre besonderen Tücken gehabt, da das nach unten stehende Seitenleitwerk keine normale Bauchlandung zugelassen hätte, sondern einen Schaufel- bzw. Maulwurf-Effekt mit dem vorderen Motor gehabt hätte. Da sind bei einer Aufsatzgeschwindigkeit von ca. 200 kmh schlechte Chancen, doch für diesen Fall war bei der Doh das untere Seitenleitwerk abspringbar. Trotzdem war ich froh, dass ich diese Finessen einschließlich des Schleudersitzes meiner Doh nicht ausprobieren musste, denn ich hatte inzwischen im Dunkeln den Griff für das Notausfahren mit Pressluft gefunden. Die typischen leichten Schläge, die das Einreisten der Fahrwerkbeine im Flug anzeigten und das Aufleuchten der drei grünen Lämpchen am Armaturenbrett zeigten mir, dass nun einer glatten Landung auf der befeuerten langen Landebahn nichts mehr im Wege stand. Es war inzwischen immerhin 20.20 Uhr und stockdunkle Nacht. Auftanken Mein nächster Gedanke galt dem Betanken der Maschine. Ich wollte schließlich am nächsten Morgen sofort weiter. Trotz meines dringlichen Flugauftrages bekam ich zu hören, dass der begehrte hochoktanige Sprit nicht verfügbar sei. Nun, ich will es kurz machen. Nach einigem Hin und Her wechselten einige Schachteln Zigaretten dem Besitzer und der kostbare Saft begann in die Tanks meiner Doh zu sprudeln. Nun war sie voll bis zum Stehkragen. Ich wollte mich nicht noch einmal auf diese elektrische Umpumpanlage verlassen. Jetzt machte mir nur noch das nur widerwillig funktionierende Fahrwerk Sorgen. Es gelang mir schließlich ein Monteur in der Werft für mein Problem zu interessieren. Noch heute meinen Dank an diesen freundlichen Helfer. Nachdem ich etwas gesessen hatte, trafen wir uns in der Werft, bockten die Doh auf und fuhren das Fahrwerk ein. Das Fahrwerk ausfahren hatte wegen eines geringfügigen, leicht zu behebenden Fehlers nicht funktioniert. Vielleicht war auch die Wartung der Maschinen in den letzten Kriegswochen nicht mehr so vollkommen gewesen. Bald stand meine Doh wieder auf den Beinen. Die Wetterfrösche macht mir wenig Hoffnung für den Weiterflug am nächsten Morgen. So ging ich halt schlafen. In der Früh war QBI, also die Schlechtwettervorschriften waren in Kraft. An diesem Tag war wirklich an Fliegen nicht zu denken. Tiefe Wolken und strömende Regen machten den Weiterflug unmöglich. Die Spatzen gingen zu Fuß, wie es in der Fliegersprache heißt. So blieb ich also. Ich musste schließlich mit dem schnellen Vogel meinen Weg durch ein Tal des Bayerischen Waldes finden. In diesen Tagen war es in Prag bereits recht unruhig. Wehrmachtstäbe und Truppen zogen durch. Ich wollte möglichst bald weiter. Aber auch am nächsten Tag war ein Start nicht möglich. Obwohl auch für den dritten Tag die Voraussage nicht günstig war, war ich fest entschlossen den Weiterflug zu wagen. Immerhin sollte wenigstens das Wetter in Süddeutschland besser sein, sagten die Wetterwarte. Der Start Richtung Bayern. Ich stand früh gegen 4 Uhr auf, um mit dem ersten Büchsenlicht zu starten. Es regnete immer noch, aber die Wolken waren etwas höher. Inzwischen war der 23. April 1945 geworden. Alle Startvorbereitungen verliefen planmäßig. Der Start machte keine Schwierigkeiten. Zunächst flog ich etwas höher, um mich auch ohne Kompass und Ortskenntnis orientieren zu können. Wer sollte mir auch in dieser Herrgottsfrühe und bei diesem schlechten Wetter nach dem Leben trachten. Ich flog frei Schnauze und mit Gottvertrauen. Ich fand auch unter den Wolken im Bayerischen Wald ein freies Tal. Ich weiß heute nicht mehr welches und dachte den schwierigsten Teil des Fluges hinter mir zu haben. Auch das Wetter besserte sich. Plötzlich überholten mich rechts und links vom Rumpf Leuchtspurgeschosse. Mir war und ist heute auch noch nicht klar, ob dieser Segen vom Boden oder von feindlichen Jagdflugzeugen kam. Unwillkürlich machte ich heftige Ausweichbewegungen, schob alle Gase hinein und ging wieder auf Tiefstflug, also fast in Baumhöhe. Als ich mich von meinem Schrecken etwas erholt hatte, drosselte ich den Motor wieder und begann nach den Instrumenten insbesondere den Temperaturen des hinteren Motors zu sehen. Denn bei einem Treffer im Öl- oder Kühlkreislauf hätte der Motor in etwa 30 Sekunden seinen Geist aufgegeben. Bei intakten Motoren bestand keine Gefahr, dass mich ein fremder Jäger einholen konnte. Wahrscheinlich stammte der Gruß von amerikanischen Truppen, die bereits über Nürnberg hinaus vorgedrungen waren. Inzwischen streut ich Südkurs, überflog die Donau und das allmählich bei guter Sicht auftauchende Alpenpanorama ermöglichte mir noch vor München die Orientierung. So flog ich am Bahnhof Passing in Mastenhöhe vorbei auf Festkurs. Hoch über mir erschienen inzwischen die Kondensstreifen der Kameraden von der anderen Seite. Landung in Lager Lechfeld Die Eisenbahn war schon immer ein ideales Orientierungsmittel für Flieger. Getreu dem alten Fliegerspruch, linkes Rad, rechte Schiene, musste ich nur noch aufpassen, dass die Weichen hinter Passing richtig gestellt waren. Den Flugplatz Fürstenfeldbruck miedig, dort scheute ich nicht nur feindliche Jäger, sondern auch die deutsche Flak. Zum Flugplatzlager Lechfeld zu finden, war nun kein Problem mehr. Das Fahrgestell kam auf Anhieb heraus und die Erde hatte mich wieder. Ich rollte die Maschine in die Nähe der Flugleitung, dort sagte man mir, es sei schon wieder Fliegeralarm und die Aussichten, meine Do unbeschädigt wieder zu sehen, seien gleich Null. Zu einem Platzwechsel war keine Zeit mehr, denn Bomber und Tieflieger waren schon im Anflug und zu hören und zu sehen waren sie auch. Ein Graben bot mir kümmerliche Deckung. An diesem Tag wurden in Lager Lechfeld 16 gut getarnte Maschinen um den Platz herum zerstört. Ein nahegelegenes Munitionslager flog samt einem kleinen Wäldchen vor meinen Augen buchstäblich in die Luft. Doch meiner sozusagen auf dem Präsentierteller abgestellten Duo passierte nichts. Sicher hielt man sie für eine Attrappe, diesen ungewöhnlichen Vogel. Die letzte Etappe. Ich erledigte, so gut es ging, meine Aufträge, holte mir einen neuen Marschbefehl gen Süden und setzte mich gegen Abend und nach Abklingen der Angriffe in meine unversehrte Maschine, um noch den letzten Sprung nach Oberpfaffenhofen, dem Dornier-Flugplatz durchzuführen. Das Fahrwerk ließ ich gleich draußen, man kann ja nie wissen. Der Start verlief einwandfrei, es sollte mein letzter sein. Und wenige Minuten später landete ich das kostbare Flugzeug wohlbehalten in Oberpfaffenhofen und stellte es den erstaunten Dornier Leuten vor die Halle. Dass ich dieses einmalige Flugzeug und zwar dieselbe VG PH 30 Jahre später bei Dornier auf demselben Platz wiedersehen würde, wo sie für das Deutsche Museum hergerichtet wurde, konnte ich damals nicht ahnen. Die kleingeschitterten Anfangsschwierigkeiten, die bei keinem neuen Flugzeug zu vermeiden sind und die mir meinen letzten Flug würzten, habe ich der Do längst verziehen. Schließlich war sie ein außergewöhnliches Hochleistungsflugzeug mit ganz ausgezeichneten Flugeigenschaften, das mir ein einmaliges fliegerisches Hochgefühl bescherte, das ich mein Leben lang nicht vergessen werde. Hans-Werner Lerche Einwurs Roman Anwes Roman K